Sie brauchen noch fünf, Herr Doktor Kinne, haben 47 Sekunden noch und die Zeit startet jetzt. Was bezeichnet ein Tasteninstrument und auch die Schwingen der Vögel? Vögel. 2018 heiraten Teresa Tieschki und Komiker Wiegalt? Bruning. In welchem Märchen der Gebrüder Grimm fällt ein Wolf in einen Brunnen und ertrinkt? Der Wolf in den Sieben Geißlein. In welchem Land steht der Alpenberg Wildspitze? Österreich. In welcher Stadt spielt der Film Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo? Berlin. Boah, es ist vorbei. Boah, es ist vorbei.